Die Regierung ist angetreten, um jahrzehntelangen Rückstau bei der Digitalisierung aufzulösen. Ich tue alles dafür, dieses Versprechen zu erfüllen. Wir dürfen uns nicht mit Perfektionsansprüchen vom Tun abhalten lassen, müssen loslegen, das nächste Machbare immer angehen, auch wenn es noch nicht gleich perfekt ist. Wir brauchen mehr Mut, analoge Strukturen hinter uns zu lassen. Digital muss das Neue normal in Deutschland werden. Ich setze mich dafür ein, wo immer es möglich ist, auf rein digitale Angebote zu setzen. Voraussetzung dafür sind einfache, gute digitale Dienste, das Deutschlandticket und die Einmalzahlungen. Studierende über die Bund-ID zeigen, dass Digital-only in unserem Land funktioniert, und zwar ohne Personen auszuschließen. Wir brauchen einen Digital-Booster für Deutschland, wenn wir vorankommen wollen.